Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Fire Emblem Engage. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Fire Emblem Engage. Ja, aber am letzten Mal haben wir Gris und Zephyr endlich den Gnadenstoß verpasst. Also wir haben sie endgültig vernichtet und damit auch einen dieser Siegelkristalle. Und wir müssen heute in der Bergregion von Kapitel 24 einen weiteren Kristall über den Haufen schließen. Das wird spaßig, das wird lustig. Auf jeden Fall, bevor wir mit dem Kapitel loslegen, über mir ist natürlich wie immer ein Zeitstempel wegen der Bandgespräche oder Schussgespräche etc. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach gleich im Kapitel wieder. Mavier, ich bin curious, was sind einige von deinen Lieblingsstufen? Entschuldigung, warum würdest du wissen? Ich habe gesagt, dass ich dir ein Gift geben, als ein Token von meiner Gratitude. Ein Gift von der Divine Dragon? Für welche Grund? Vielleicht bist du verstanden über wer ich bin. Du bist Vail's knight, ja? Vail ist heute hierher wegen der eigenen Aktionen. Sie ist meine einzige Siblinge und ich kann nicht genug bedanken für sie zu retten. Sie wissen, warum ich dich wünsche, um zu retten zu retten, um zu retten zu retten? Ich verstehe. Aber, dass ich deine Gratitude habe, ist genug Reaktion. Nur meine Gratitude? Ich bin froh, dass du meine Erfurtstufen verletzt hast, um die Lady Vail zu helfen. Ich bin nicht eine gute Person. Als dein vorherigen Krieg, bin ich nicht wertvoll von deinem Wagen. Entschuldigung, ich brauche mich anders. Ich bin froh, dass du nicht... Mavi, du nicht... Sito, ich habe gehört, dass du sehr gut an sagenst. Ich bin. Oder ich würde sagen, ich bin. Oh. Das bedeutet, dass du... nicht gut an es nicht mehr? Ich denke, ich würde sagen, dass ich ein bisschen rutsche. Ich weiß nicht, dass Fortunetellers in einem Rettung kommen können. Es wird so sein. Manchmal ist es einfach nicht so fühlt, und es zeigt in deinen Liedern. Ich verstehe. Ich dachte, ich wollte dich fragen, um meine Fortuna zu erzählen. Was ist etwas schrecklich? Es ist etwas. Ich bin sehr schrecklich. Ich habe es gedacht, dass es einen besonderen Weg gibt. Ich verstehe. Ich bin froh, dass ich nicht so viel Hilfe bin. Es ist etwas, was du tun kannst, um deine Fortuna zu erzählen? Ich weiß nicht wirklich. Ich denke, ich muss nur warten, um es zurück zu kommen, wenn es bereit ist. Hm. Also, wie geht es dir, meine Fortuna zu erzählen? Ich will nicht, wenn du es falsch hast. Was? Aber warum? Hümer mich. Ich denke, dass dein Rettung nicht falsch ist. Wenn du das willst, dann beginnen wir. Ich denke, dass du das nicht so schrecklich bist. Alles ist herausgekommen. Geh zum Markt und schreien wie ein Kuchen. Eine gute Fortuna wird dir zurückgebracht. Schreien wie ein Kuchen? In der Markt? Das ist ein bisschen strange, nicht wahr? Definitivlich strange. Ich habe gesagt, ich bin aus dem Weg. Ich habe es nicht geholfen. Es wird nicht wahrgenommen. Wenn du so sagen. Führe. Das ist so schön. Das ist so schön, ich liebe. Das ist so schön und schrecklich. Das ist so schön und schrecklich. Oh nein. Du musst nicht anfangen. Wieder? Du bist wiederumst. Wieder wiederumst. Du bist wiederumst. Ich kann es. Du hast einen von deinen zwei, tollen Zitzen. Oh, die Schreienung. Entschuldigung, bitte. Du bist wieder wunderschön. Ich meine, du bist ein wunderschönes Dänster. Nicht zu sagen, dass du ein bekanntes Fortunter bist. Die Leute sagen, dass du so dignifiziert bist, so komponiert bist. Ich habe mir gedacht, dass du mit der großen Sea-Doll träumst. Du bist... Entschuldigung? Nein. Über 90% der Zeit, du bist auf die Höhe. Du bist anders, um, äh... flavor? Meine Entschuldigung, Prinzessin Timmerer. Ich blöde das Fleisch. Die Art, die Sie vorbereiten, die Geschäfte sind einfach sehr lecker. Sag mir etwas, was ich nicht wissen. Prinzessin Timmerer, warum hast du immer starten mit dem Fleisch, wenn ich hier bin? Das ist nicht wirklich was passiert, ist es? Komm schon, gib es eine andere Sache. Die Wahrheit ist, wenn ich eine gute Röste bin, findest du mich und fange in. Also, du sagst, dass ich das selbst mache? Ja. Entschuldigung. Entschuldigung, Prinzessin Timmerer. Du hast nicht verbreitet. Ich brauche nur die Willpower. Das ist meine Schuld, nicht deine. Ich versuche, dass ich dich nicht suchen, wenn du mit so einem... flair und flavor bist. Entschuldigung? Seedle, warte! Hey, Prinzessin Timmerer! Guess was? Mein neues Produkt ist endlich bereit für den Markt. Warte, bis du das sehen. Ja! Ich kann euch nicht sagen, wie viel ich das erwartet. Komm schon, schauen wir es! Erstmal habe ich mich gefragt. Welche Probleme haben die Menschen von Solm face jeden Tag? Hmm. Highs Levels of Sunn Exposure, Schmerzigkeit, Bugs. Du wirst nicht glauben, die Bugs, die ich gesehen habe. Wunderschön. Aber nein. Wie viele Mal hast du etwas in der Sand und nie wieder gefunden hast? Huh. Wunderschöne, ich glaube. Ein paar, ein paar. Das ist wo das kommt! Oh! Ein Rake! Wunderschöne, die Leute benutzen das, um bästchen? Du musst du denken, wie ein anderes Rake. Das ist für eine andere Rake. Das ist für die Dinge geblasen in den Sand. Ich bin nicht... ...ich... 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 ... culturally leicht Fronten. Wunderschöne, richtig? Ja. No, 5-PS. Versteigen nicht noch nicht so. Aber es tut auch was es doch schwer, als ich es sagte. Aber hey, es ist definitiv innovativ. Ich warte, wen auch eineinend rocking habt. Verstehen würde es dasomieren. Danke für säga es, Prinzessika Tamara. Ich bin noch nie seinen Rame. Der nächste Produkt doubtierte. Der nächste Leistung consequencesle periods wird der Tочки aus. L Americans, von peril Zum Dol, buen disaster! Just diet & treffen. Inua jud favorite, Ihnen Alexa K Jim! Und übel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Selika ZDF für funk, 2017 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 Jetzt zeig mir deine. Sie werden nie glauben, dass ich ein Emblem bin. Und es ist besser, dass ich das selbst behalte. Also... Marth! Ich bin hier. Du hast eine Marth, auch. Es sollte nur eine von jedem Ring sein. Das ist mehr und mehr interessant. Jeder, sich bereit sind! Nichts egal, wir müssen die Shard! Ich habe gehört, wir nehmen heute den Spruch hier, sich selber verprügeln. Oder den Scherz mit, warum schlägst du dich selber? Wohl heute mal ein bisschen zu ernst. Als ob ich jetzt gegen mich selber kämpfe. Vor allem, was kriege ich von mir? Ich kriege Stiefel. Geil. Das wird spaßig. Vor allem, da ist jemand an der Balliste. Und der hat einen legendären Bogen. Ich kriege in letzter Zeit richtig viele legendäre Waffen. Nicht, da ich mich verschwere. Es ist nur überraschend. Und das sind schon wieder verschissene Drachen. Sonst noch irgendwer, der hier eine legendäre Waffe hat? Anscheinend nicht. Okay, dann passe ich jetzt erstmal mal die Truppen an. Okay. Ich bin jetzt soweit es geht vorbereitet, mir selber in den Arsch zu treten. Darf ich mich überhaupt besiegen? Oh, ich sehe da oben sogar, ich darf nur 20 Züge, Maxima. Das habe ich bis jetzt gerade gar nicht gelesen. Weil wenn ich mich selber töte, dann sterbe ich doch, oder nicht? Ich mache Avalanches passieren. Auch wenn sie nicht passieren wollen. Ich mache das einfach. Ich mache das einfach. Ich habe gerade daran gesehen, wenn was im Weg ist, also ein Stein oder eine andere Einheit hinter dem Stein, dann werde ich nicht geschoben. Also will ich immer hinter Steinen stehen. Wir müssen den Schaden erreichen. Aber an dieser Ebene wird es nicht mehr schnell kommen. Wenn eine Avalanche bei dir beginnt, stehe Hilfe. Bleib sicher, bis du gehen kannst. Ja, die Lawinen, die klang gerade schon fies. Vor allen Dingen, warum betrifft das nur mich und nicht die Gegner? Okay, Gegner können es auch verhindern, die sind wie Felsen in der Brandung. Ach stimmt, die Zeitbegrenzung habe ich ja, weil ich nur in einer bestimmten Zeit in der Vergangenheit bin, ne? Na gut, das erste, was ich jetzt mache. Astra Sturm, Mulagir, Mistvieh weg. Warum hat der so wenig Schaden bekommen? So, wollen wir mal Georgios probieren? Das habe ich ja jetzt hier bekommen, beim letzten Mal. Ah, da würde ich beim Silbergroßachstypen aber richtig viel Schaden fressen. Ne, da gehe ich lieber auf den Schnitter. Probier ich nächste Runde aus. Wenn da keiner ist, der mir ultra viel Schaden drückt. A battle fit for Brodia. So, Feuerland to go. Er knapp überlebt. So, die mache ich mal mit Toron weg. Einfach gefinisht. Und dann mache ich mal, dass der Drache dann auch bestimmt auf mich losgeht. Der Drache ist das Schlimmste, was da steht. Aber mich treffen die nicht. Und tschüss. Wenn der Drache ist. Nope. Nope. Auwa. Auwa. Der kommt gar nicht erst zum Angriff mit seiner Silbe Großdachse. Das ist sehr schön. Daneben. Dich schnitte ich direkt weg. Ja, ich hab mal wieder vergessen, ein, äh, 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 hier zu resetten. Den Panzerbrecher solltest du eigentlich nicht überleben. Und ich bezweifle, dass du trist. Ich merke hier gerade endlich mal, wozu der Sonnenbogen nützlich ist. Der ist offenbar stark gegen Verzerrte. Ich helfe dir. Ein Crit wäre aber schön gewesen. Ja, der Tomahawk wird's richten. Die haben hier aber auch alle diese Großwaffen. So, weg mit dir, du Mistfee. Sayonara. Sandsturm und Crit. Ich denke, was du möchtest. So, für dich reicht der Elfendonner. Von mir zu dir! Alle Blöder werden letztendlich verlinkt. So, viel mehr konnte ich die Runde nicht machen. Oh, um Gottes Willen. Ich hasse diese Drachen. Ja, natürlich heil, das Mistding. Ja, natürlich heil, das Mistding. Muss der dafür dann reinzoomen? So. Dann mache ich jetzt erst bei denen hier fertig, der den anderen verteidigt. Und den mache ich direkt auch fertig. So, mit Mulagir müsste ich dir eigentlich richtig viel Schaden drücken. Warum lebst du Mistding noch? So, die Ultra-Achse habe ich damit dann geholt. Ich fokussiere mich gar nicht darauf, erst mit einem da oben anzukommen. Das schaffe ich wegen den Lawinen wahrscheinlich sowieso nicht. So, die Ultra-Achse habe ich damit dann geholt. So, tschüss. Tschüss, du Mistding. Ich hasse die Drachen. Die machen so übelst viel Schaden. Und halten auch noch verdammt viel aus. So, dir haue ich jetzt eins auf die Mütze. Oh, der Sandsturm war gerade perfekt. Es war der meiste Schaden, den ich drücken konnte. Lauf nicht weg, du Mistding. Lauf nicht weg, du Mistding. Mit einer Abwehrhaltung. Na, ich habe echt Skalibur. Das bringt dir nicht viel. Der war easy. Okay, da oben muss ich mich jetzt hinter Steine stellen. Wir müssen gar nicht so wirklich auf den Kampf konzentrieren, sondern einfach nur gucken, dass ich hinter Steinen stehe. Da müsste ich eigentlich gegen den Stein geblasen werden. Also kann ich den jetzt vernichten. So, Toron. Der Crit von ihr sieht mega geil aus. So, wenn ich schon einen Crit habe, habe ich hier auch Glück und kriege ich einen Crit? Um den Instant auszuschalten? Ja. Weg mit dir. Weg von der Balliste. Drauf stellen, damit keiner von denen das nutzt. Dann haue ich dich da jetzt weg. Ich mache nur noch Crit mittlerweile. Tomahawk, go! Ich werde dir helfen. Hier! Jetzt ist es an der Zeit, dass wir mal Georgios ausprobieren. Huy! Das ist eine starke Waffe. Auf jeden Fall. Sayonara! Und das nennt man Overkill. Er hatte doch nur noch ein HP. Komm zu mir, du blödes Mistding. Lass wählen, Ruhe! Du Mistvieh! Ja, da kannst du ruhig hinschießen. Juck mich nicht. Der Sonnenbogen zählt offenbar auch als eine Magiewaffe. Meine apologies. Müsste ich mal mal eingucken. Steht da eigentlich magischer Schaden? Bei der Feuerland steht zum Beispiel auch magischer Angriff. So, dürfen die hintereinander stehen? Ja, dürfen sie. Ach komm. Und hier auch immer rein zu zoomen. So, magst du bitte drauf gehen? Danke sehr. Du Mistding sollst verschwinden. Vor allen Dingen, was ich merkwürdig finde, ich wollte mit einem Würmtöter eigentlich das Vieh killen, aber die Waffe macht kaum Schaden bei dem Drachen. Merkwürdig. So, mei, ist der Bogen, klingt jedoch super. Jawoll! Ich brauche nur einen Kit. Äh, hier gerade gucke ich das nach und tatsächlich, der Sonnenbogen ist einfach mit magischem Schaden. Habe ich nie drauf geachtet. So. Jetzt legen wir richtig los. Wäxte dich nicht? Da, ich stehe nur gerade so nicht in Reichweite. So. Oh, ich habe meinen Nova bei ihr mitgenommen. Die haben ja letztes Mal bekommen, die Waffe. Und ich habe auch noch einen Krips damit bekommen. Das sah mega cool aus. Ich glaube, du machst so oder so keinen Damage, ne? Kann ich hier auch mit der Silber Großlanze save killen. Ich habe auch noch den Krips damit. Ich habe auch noch einen Krips für den Krips. In dem Krips. Ich nehme auch noch einen Krips. König doch teilst. Wieso drehst du mit 25%? Nee, das jubb ich nicht. Nope. Aber Timera hat jetzt Probleme. Komm doch jetzt zu mir. Oh, Speer, flieg. Den Sandsturm hätte ich gerade eben gebraucht. So. Du, der die Balliste bedienen kann, ist der schlimmere Faktor hier. Deswegen mal dich zuerst fertig. So, jetzt kriege ich kein Ballistenfeuer mehr ab. Holger, nun. Mein Lieblingsfeuer, Angriff. Ich fühle mich stärker mit dir. So. Ich geb dir einmal den Drachenschlag mit Oligoludia, ne? Ich nehme schon mal weg. Ich nehme schon mal weg. Du hast meine Gesichter, aber du sagst die Dinge, die du fühlst. Ich... Ich bin nicht möglich. Ich bin Angst. 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 Schönen Sie einen Angst. Ich liebe sie auch. Sie? Ich... ...hate sie. Sie haben viele von meinen Schwestern und meine Brüder. Wenn ich dich verletze, werden sie mich töten. Nein. Nein, sie werden mich töten in Zeit. No matter was. Aber... Sie nicht sterben. Ich... Ich bin das Beweis. Was hast du gesagt? Keine Ahnung. Let's enden. Komm auf mich, oder ich komme auf dich. Das ist wie in einem Schild. Was ich sehe, tut mir leid. Ich musste dich stoppen. So, reicht der Tomorock aus? Ja. Der... ...beliste muss weg. Dann haben die keinen mehr, der uns verletzt. Beziehungsweise keinen mehr der Atelier spielt. 9x0 Damage. Ich bin zu stark. Naja, ich bin auch dein zukünftiges Ich. Du bist noch nicht mal ansatzweise so stark. Wie ich es mal werde. Aua. Der mit der Balliste war halt wichtiger, ne? Sonst hätte ich auch den ausgeschaltet. Das ist fies. Zum Glück darf ich zuerst angreifen durch die Silbergroßachs. Ich sehe diese Klingenwaffen. Beziehungsweise die großen Waffen, die sind immer fies. Ja, hier hat sie dir aber nichts gebracht. Ja, wir wissen, wie der Kampf ausgeht. Jetzt werde ich eh nach hinten geblasen. Mich würde interessieren, wer alles ein Gespräch mit Vergangenheits-Ich hat. So, ich habe noch mal den Astro Sturm ready. Prost, sterben. Wem von euch beiden ist ja egal. Jetzt habe ich dich. Ich kann mich jetzt nicht verletzen. So, ich mache mal großes Opfer und heile einfach alles, was steht. Danach heile ich mit mir Selene direkt. Ich muss dich kämpfen. Ha! Wer auch immer alles Schaden hatte, wurde geheilt. Okay, man wird auch nicht komplett nach hinten geblasen. Weil ich hatte hier nichts, was mich blockieren würde. Sayonara. Ich bin hier. Ich gewinne diesen. Du denkst, du würdest hier gewinnen? Jetzt bin ich hier. Hier unten ist abgeräumt, genau wie oben. Ja, genau genommen wird jetzt hier aufgeräumt. Okay, wer ist nächstes? Okay, wer ist nächstes? Okay. Wer ist nächstes? Du hast es so weit gemacht. Du bist stark. Du solltest auf meiner Seite sein. Ich werde jetzt noch eine Frage hinnehmen. Und dann... Ich... meine... bei alcos schon nichts zu sagen hat hat sie wahrscheinlich generell hier keinen der mit mir reden will also mit meinem vergangenheits ich außer weh eventuell und hier kann ich noch eine rein drücken ein bisschen erfahrungspunkte die ich nie dich einfach mal direkt um dann beenden wir das hier mal mit dem bündnisschlag ich hab mich schon mal siebid jetzt ist das hier Was? Nein. Veil ist jünger als du bist. Entschuldigung, was ich gesagt habe. Bist du... mit Veil? Sie... ist meine jüngste Beine... und die kleinste Freundin. Ich hatte... viele Freundinnen und viele Brüder. Die meisten von ihnen wurden getötet. In... oftmals. Will Vater dispose of Veil, auch? Wenn ich mich daran denke, das macht mich schuldig. Ich würde... zu stehen bei meiner Freundin. Sempre. An... An... Ange... Ange... Sie ist so wichtig für dich? Du... Sie... fühlst zu viel wie sie. Es tut mir leid. Ich werde dich jetzt verletzen. Whoever you are, you are not my little sister. You're right. I'm not your little sister. Still... I'm glad I was here with you to... hear all of that. Thank you, sister. War eigentlich schon mit dem ersten Schlag da ohne. mit dem definierten Rasmus. Und es geht los! Es scheint, dass ich mich verloren habe. Es scheint, dass ich mich verloren habe. Oh nein. Jetzt... Vater wird... mir... entspannen. Dank für die Stiefel. Okay, ich habe jetzt eigentlich direkt mit einer Sequenz gerechnet. So... Hallo? Okay, wenn sonst kaum einer was sie sagen hat. Und... Was läuft denn hier an einem Tierchen rum? Die ich mitnehmen darf. Katze, Kaninchen und... Katze. Okay. Ich äh... Ich sammle jetzt hier ein, was einsammelbar ist. Und wir sehen uns dann auf der Karte wieder. Ja. Gut. Wir haben die Felldragonschard. Ich hoffe nur, dass der alten mich nicht gut ist. Wir konnten uns ein bisschen heilen. Der alten Sie wird bald wunsch werden. Das ist ein Relief. Der alten Sie uns in der Vergangenheit gesehen haben. Du denkst, dass... das... wird ein Problem sein? Es sollte gut sein. Ich werde alles vergessen. Eventually. Oh! Das ist richtig. Das ist ein Spiel. Das ist ein Spiel. Das ist alles. Das ist ein Spiel. Das ist so, dass wir im Moment haben. Ich binirsin, das ist der Vergangenheit. Der König das uns bei uns versucht, es geht um sich zu ändern. Aber dank dieser Hilfe, wir können uns immer behkligen. Und wir werden. Sie hat sie seine Leben angeschafft, um uns zu erreichen. Wir müssen weitergehen und offizern, Sombra. Du hast recht. Auf Wiedersehen, mein Vater. Wenn du deine Reise beginnst, ich hoffe, dass deine Reise so wunderbar sind als meine. Du sagst, dass die Inverteid sind hier, und noch nicht, sie sind. Das ist sehr wunderschön. Vielleicht hat die Bälle umgebracht. Ich fühlte mich ein Ämblem nicht erwähnt und wollte es für mich selbst sehen. Aber ich fühle mich jetzt nichts. Ich bin froh, dass du gekommen bist, mein Herr. Es ist schon ein paar Jahre, seit du nachher bist. Ich musste sicher sein, obwohl ich weiß, dass das Ämblem nicht mehr gibt. Ich gehe zurück nach dem Tempel. Nachdem die Bälle endet, mein Kind wird zurückgekommen. Deine Kinder sind immer beeinflusst. Was ich nicht tun, wenn ich solche Reise zu haben. Wenn du ein paar von ihnen brauchst, dann mach ich das. Mach Kinder. Mach Kinder? Von meiner eigenen? Ich bin. Die Familie ist Funktion und Utilität. Du hast das Blut in. Du hast die Loyalität. Meine Kinder verdienen mir ihre Leben. Their Liebe. Their absolute Dedication. Familie? Was eine Erklärung. Ich möchte einen dieser Kinder machen. Mit dir. Du hast ein Kind mit mir. Ich bin. Bitte, Herr Sombrahn. Jetzt ist nicht der Zeit. Aber ich werde es nach der Krieg machen. Nachdem meine Angelegenheiten geschehen. Ich verstehe, Herr Herr. Ich versuche, dass Sie helfen, Ihre Angelegenheiten zu erreichen. Ich hoffe, dass Sie zu wenigstens Ein Kind. Wie intrigante. Was wäre das so? Dass ich vollständig sein hätte, durch solche Unabhängige Liebe? Wie war meine Mutter und Vater mich? Mit dieser Liebe? Oh, wenn ich nur auf der Vergangenheit könnte. Eine dumm, unmögliche Idee. Jetzt vielleicht sollte ich einen Kind von Sombron finden. Was war das? Oh, warum nicht? Er hat sie alle gehalten. Man muss niemals, niemals aufzunehmen. Das würde mich einfach schrecklich sein. Ich habe dich da gesehen. Du bist gut? Oh, danke. Ich... Ich... Ich finde dich hier liegen. Ich bin Angst, dass du vielleicht bist. Aber... Was ein Relief. Du warst nur in eine terrible Dase. War das... Ein Traum? Ein Traum? Ich habe jemanden, der hat mein Gesicht. Aber... der auch wie du. Deine blühen und blühen Augen sind schön. Die blühen mit meinem Gesicht. Das, auch. Das klingt wie ein schönes Traum. Sag mal, hier ist es warm. Ich liebe dich, wenn du kaltest. Lass uns dich irgendwo schönes und wärmeren. Du denkst, dass du da bist? Danke. Butcher. Das... Das... Das ist ... Das... Das ist die erste Mal dafür für mich. Für mich. Du bist... Kind. Ich bin wirklich. Ich bin... Sfertig zu hören. Was ist dein Name, Kind? Oh. Mein Name. Das ist meine Mutter. Das war bevor sie sterben, dass mein Vater mich das nennen hat. Nur einmal. Was ist dein Name? Ich bin Lumera. Ich weiß das Name. Es ist der Name des letzten Divine Dragon, noch immer wieder alive. Der Name des Vater. Wenn du der Divine Dragon bist, dann muss ich dich töten. Wenn ich nicht... Vater will call me a defect and dispose of me. Aber du bist mir nett. Ich will dich nicht töten. Ich denke, eine Sache, die nicht belong. Ich glaube, ich bin das, was ich bin. A defect. 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 Dein Geist. Defect. 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 Aber ich muss meine Begriffe. Oder sonst... Vater wird mir ausfüllen. Er wird mich zu den Korrupten geben. Das schreckt mich mehr als alles. Ich... ...were leben. Versehen morgen. Und das nächste Woche. Dann, wir halten heute zwischen uns. Ich will nicht, dass Sie sterben. Wie geht das? Wir sehen uns bald wieder. Für ein schönes, langes, lustiges Gespräch. Keiner muss wissen. Was sagst du? Pinkie Promise? Okay. Wir haben zurück. Wir denken, dass wir Zephyr und Sie in der Vergangenheit haben. Es war... Ich muss sagen, Es ist schrecklich. Die Barriere ist stärker als vorher. Es funktioniert! Jetzt müssen wir den letzten Schaden. Wir verraten das Ding! Wo ist es? Ein Moment. Mal sehen. Was ist falsch? Du siehst Angst. Oh, es ist... nichts. Nichts. Wir müssen zu gehen. Wir müssen zu einem anderen, lustigen Ort. Nein. Es ist hier in Gradlawn. Aber... Ja? Entschuldigung. Ich bin ein bisschen schmerz. Kann ich bitte allein sein, für ein bisschen? Wir haben dich so hart geholfen, auf deine Macht, um die Schäden zu detectieren. Bitte, das Zeit, du brauchst. Wir können ein bisschen länger dauern. Danke. Wir werden den letzten Schaden verraten. Ich weiß, dass wir werden. Wie kann ich ihnen erzählen, wer es dort schmerzt? Oder warum kann ich mich zu wissen, was da ist? Hier. Hey, das war eine interessante Sequenz, die da noch kam. Ich habe damit gerechnet, dass eine kommt. Wenn schon bei der Überleitung von Kampf bis zum Camp da keine Sequenz kam, dann musste ja direkt danach folgend was kommen. Ich habe übrigens drei Vermutungen, zu sagen, wen Vale da gespürt haben kann. Entweder Zombron selber. Zweitens irgendwie, dass die andere Vale überlebt hat und die dort das bewacht, so als eine Art Geist oder Verzerrter. Oder meine dritte und schlimmste Vermutung, dass Lumera eventuell zu einem Verzerrten gemacht wurde und dort das dann bewacht, ohne dass sie es will. Das wäre Vermutung Nummer drei. Wie komme ich übrigens auf Lumera? Ganz einfach, weil sie es nicht sagen wollte, wer das bewacht. Also muss es ja ein schlimmer Fall sein. Bei... Ist das in diesem Gebiet überhaupt? Im Tempel von Gratlon. Also... Deswegen komme ich auf die Vermutung, dass es eventuell auch Lumera sein könnte. Aber wie gesagt, es ist eine Vermutung. Ich gehe am ehesten davon aus, dass Zombron selbst dort wacht. Auf jeden Fall, Leute. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao und bis dann! Tschüss!